Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich fünf Personen. Das sind zwei Männer und drei Frauen, die auf dem Markt sind. Eine Frau ist Verkäuferin. Die anderen Personen sind Kunden. Sie kaufen Gemüse ein. 5. Die Verkäuferin trägt eine Jeanshose und eine schwarze Bluse. Sie legt eine Brille auf den Kopf. 6. Im Vordergrund sehe ich verschiedenes Gemüse, zum Beispiel Karotten und Blumenkohl. 6. Außerdem sehe ich auch Kartoffeln, Zitrone, und Rhabarber. 7. Im Hintergrund sind Tomaten, Gurken, und Salat. 7. Die Personen tragen Kleidung mit kurzen Ärmeln. Deshalb denke ich, dass es Sommer ist. 8. Die Verkäuferin gibt der Kundin einen Bundschnittlauch. 9. Die Kundin trägt eine graue Hose und ein gestreiftes Hemd. Sie hat kurze braune Haare. 10. Ein Mann möchte einen Salat auswählen. Der andere Mann möchte vielleicht Karotten kaufen. 11. Die ältere Frau im Hintergrund geht an dem Gemüsestand vorbei, weil sie vielleicht etwas anderes sucht. 11. Sie trägt eine weiße Hose und ein hellblaues Hemd. Sie hat kurze blonde Haare. 12. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen Auf diesem Bild geht es um das Thema Einkaufen. 13. Ich kaufe meine Lebensmittel in Deutschland nie auf dem Markt, weil es teuer ist. 14. Auf dem Markt ist das Obst und Gemüse viel teurer als im Supermarkt. 15. Das Brot, der Käse und die Wurst sind auf dem Markt auch teurer. 15. Ich möchte Geld sparen. Deshalb gehe ich zum Aldi oder zum Lidl. 16. Ich denke, man sollte im Supermarkt einkaufen, wenn man Geld sparen will. 16. Aber wenn man genug Geld hat, dann kann man natürlich auch auf dem Wochenmarkt einkaufen. 17. In meiner Heimat war das anders als in Deutschland. 17. Meine Familie und ich haben viel Obst und Gemüse auf dem Markt gekauft, weil es billiger und frischer war als im Supermarkt. 18. Im Supermarkt war alles teurer als auf dem Markt. 18. Wenn man in meiner Heimat Geld sparen will, dann sollte man das Obst, die Gemüse, Milchprodukte und Gewürze auf dem Markt kaufen. 19. Ich finde, dass es wichtig ist, günstig einzukaufen, wenn man eine Familie und Kinder hat. 20. Auch wenn man alleine ist, aber nicht so viel Geld hat, ist ein Supermarkt genau richtig. 21. Hier in Deutschland kann man fast alle täglichen Bedürfnisse im Supermarkt einkaufen. 21. In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland, gibt es Supermärkte. 22. Dort bekommen Sie viele wichtige Dinge für den Alltag. 23. Brot und Fleisch, Joghurt, Putzmittel und Klopapier. 24. An vielen Orten gibt es ein- oder zweimal in der Woche einen Wochenmarkt. 25. Oft findet er samstags statt. 25. Auf dem Wochenmarkt bekommen Sie frisches Obst, Gemüse und regionale Spezialitäten. 26. Meine Frau und ich gehen normalerweise einmal pro Woche zum Supermarkt. 27. Das Einkaufen im Supermarkt hat viele Vorteile. 27. Man hat keine Parkplatzprobleme, denn an jedem Supermarkt findet man einen großen Parkplatz. 28. In den Supermärkten hat man viel Raum, und man kann sich dort sehr gut bewegen. 29. Supermärkte haben ein großes Sortiment, und man findet immer, was man sucht. 29. Im Supermarkt kann man problemlos die Preise vergleichen, die Zutatenlisten lesen, und oft gibt es Sonderangebote. 30. Auf dem Bild steht ein Mann. Er wandert in den Bergen. 31. Der Mann hält zwei Bergstöcke ab, um in den Bergen zu wandern. 31. Er trägt eine Beischhose und ein braunes T-Shirt. Auf seinem Rücken gibt es einen Rucksack. 31. Direkt hinter ihm steht ein Mann, der eine braune Hose und ein rotes T-Shirt trägt. 31. Er hat auch zwei Bergstöcke. 32. Im Hintergrund gibt es viele Wolken und Bergen. Ich glaube, dass es Sommer ist, und wahrscheinlich es 11 Uhr Vormittag ist. 31. Das Bild zeigt, dass das Wetter sehr schön ist, und die Sonne scheint. 32. Man sieht keine Häuser in der Nähe. Ich vermute, dass dieses Bild in Deutschland ist, und der Mann wandert in den Alpen. 32. Es macht auf mich den Eindruck, dass der Mann in der Natur sein möchte. 33. Es sieht aus, dass der Mann schon lange gewandert ist. Deshalb sieht er müde. 34. Ich denke, der Mann möchte etwas trinken. Vielleicht ist er durstig. 34. Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen Auf diesem Bild geht es um das Thema Sport und Aktivitäten. 35. Ich treibe Sport gern. Letztes Jahr habe ich mit meinen Freunden in den Alpen gewandert. 35. Mir gefällt Wanderschaft sehr gut. Ich finde das sehr spannend und interessant. 36. Wandern macht Spaß, weil sie einfach in der freien Natur unterwegs sind. 36. Die Natur genießen können, und es eben im Wald sehr schön ist. 37. In Deutschland gibt es viele Wanderwege. Insgesamt ungefähr 200.000 Kilometer. 37. Die Deutschen wandern gerne und geben viel Geld dafür aus. Durchschnittlich 7,4 Milliarden Euro im Jahr. 38. Hauptreiseziel für den Wanderurlaub ist Deutschland. 39. Für ein Hobby in der Natur ist die passende Kleidung sehr wichtig. Bei schlechtem Wetter braucht man eine gute Regenjacke. 39. Wandern ist für mich irrsinnig schön, weil diese Verbundenheit zur Natur stattfindet. 40. Man bewegt sich draußen die ganze Zeit, und man einen Weg selber geht. 41. Man fährt nicht mit dem Auto. Man fährt nicht mit dem Radl, wird nicht von Elektronik und Technik unterstützt, sondern man ist ganz bei sich. 41. Wandern ist eine Sportart, die nicht besonders extrem ist, gelenkschonend, und trotzdem verbrennt man viele Kalorien. 42. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. 42. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Untertitelung. BR 2018